. 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 Muffin, wir bleiben nicht mehr. In Kokosnüssen ist Kokoswasser drin. Was ist denn mit dir los, Muffin? Oh Mann, ich fürchte, Muffin hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Ich bin ein Lama, Hidi Gamma Gada. Yum, 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 yum. Hat sie gerade gesagt, sie ist ein Lama? Diese Folge von Bluey heißt Der Übernachtungsgast. Du stoppst Türen, du Türstopper. Was ist denn da los, Onkel Stripe? Erinnert ihr euch, dass ihr am Tag ein Schläfchen gemacht habt, als ihr kleiner wart? Ja. Und als ihr größer geworden seid, habt ihr damit aufgehört, nicht wahr? Ja, wir schlafen nur noch einmal. Genau, nachts. Tja, eure Cousine Muffin hat gerade erst damit angefangen, sich den kleinen Mittagsschlaf abzugewöhnen. Oh. Ah. Ah. Jetzt stoppt der Dad. Okay, Muffin, du musst heute früh ins Bett. Warte, nein, wir dürfen doch heute länger wach bleiben. Äh, naja, ich muss weg. Wow, 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 wow. Hey, Muffin. Ah. Kokosnuss. Ah. Du hast gesagt, wir müssen heute nicht zu früh schlafen. Ja, das habe ich gesagt. Aber wir müssen es wegen Muffin etwas anders machen. Ihr fehlt der Mittagsschlaf. Aber du hast es versprochen. Ein Spiel. Dann ins Bett. Oh. Aufblasbare Gitarre. Oh, ich weiß. Wir spielen ein echt langes Spiel. Dann müssen wir ganz lange wach bleiben, bis es fertig ist. Ja. Ich auch. Okay, ein Spiel, dann ins Bett. Klasse. Also, welches Spiel? Restaurant. Ah. So, mein Ehemann und Schieler. Wie wäre es mit einem ganz entspannten Abendessen im Restaurant? Klar doch, Spatz. Guten Abend. Willkommen in unserem Restaurant. Wir sind bekannt für unseren schnellen Service. Wie viele Personen sind Sie? Drei. Sehr gut. Eins, zwei. Und wo ist der dritte Gast? Rrrr. Rrrr. Wacht doch auf, Schieler. Mein Name ist Bubu Babu. Bubu Babu muss ganz dringend ins Bett. Äh, alles gut. Sie koschelt nur gern mit Pflanzen. Wow. Ich hasse Pflanzen. Läufe dich doch zusammen, Schieler. Wir sind soweit. Tschu, tschu. Brumm. Ding. Nächster Halt, das Museum. Schieler, wir sind nicht im Bus. Hier sind die Speisekarten. Ja, ich warne sie schon mal vor. Wir brauchen sehr lange, um uns zu entscheiden. Das glaube ich nicht. Oh, das klingt aber alles gut, Spatz. Ham. Ah. Piep. In Kokosnüssen ist Kokoswasser drin. Schieler, was machst du denn doch? Ja, wir haben jetzt los. Ja. Bang, 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 bang. Mein Restaurant. Das heißt nicht, dass wir fertig sind. Bluey. Vielleicht sollten wir lieber nur zur Pommesbude gehen. Kommt mit, Familie. Pommes. Pommes. Wer möchte welche kaufen? Oh, hallo. Möchten Sie Pommes kaufen? Hey. Pommes. Hey, okay, ich bitte Sie. Hört Sie auf meinen Stand zu schütteln. Wir hätten gerne eine Portion Pommes, bitte. Und lassen Sie sich Zeit. Ihre Freundin sieht aus, als ob sie ins Bett gehört. Oh nein, ihr geht's gut. Gut, das macht dann vier Talerscheine, bitte. Ah, wenn wir bezahlen, ist das Spiel vorbei. Was hast du denn jetzt vor, Spatz? Ich weiß was. Lauf, Sheila. Okay. Hey, hey, diep. Das Spiel geht noch weiter. Das ist klasse, Spatz. Polizei. Hat hier jemand die Polizei gerufen? Ja, sie ist da lang gerannt. Halt, Polizei. Heia. Reize los, Flamingo. Reize los. Boah, Muffin. Du bist echt richtig müde. Wow. Steh, gestanden. Gut, dass Sie mich gerufen haben. Ich hoffe, sie wird hart dafür bestraft. Jetzt hört mal gut zu. Wenn eure Freundin Pommes kauft, dann muss eure Freundin die Pommes auch bezahlen. Natürlich, Polizistin. Entschuldigung, Polizistin. In Ordnung, Mädels. Ab ins Bett. Oh, das ist nicht fair. Du hast gesagt, wir dürfen lange wach bleiben. Bluey, es ist spät. Siehst du, es ist schon acht. Wir sind lange wach geblieben. Hurra. Nein, nicht hurra, Bluey. Wenn eure Cousine fast umfällt vor Müdigkeit, müsst ihr ein bisschen auf sie achten. Muffin hätte schon längst im Bett sein sollen. Seht sie euch an. Böse Polizistin. Sheila. Komm zurück. Das bedeutet aber nicht, dass das Spiel noch weitergeht. Ich komme zu dir, Flamingo. Ist alles okay, Muffin? Ich bin die Flamingo-Königin. Bluey, das bedeutet, das Spiel geht doch noch weiter. Komm schon, wir bleiben noch viel länger wach. Nein, Bingo. Mach alles so wie ich. Ah, Sheila, sieh doch, da kommt die Polizistin schon. Los, mir nach. Du kriegst uns nicht, Polizistin. Bluey. Ich bin euch ganz dicht auf den Fersen. Ah, versteck dich hier drunter, Sheila. Okay, Bluey. Da wird dich garantiert keiner finden. Danke, Bluey. Du musst ganz leise sein. Ich gucke mal schnell, ob die Luft rein ist. Ah! Shh. Gut gemacht, Bluey. Guten Morgen, Bluey. Ah, ich bin so müde. Vielleicht solltest du mal früher ins Bett gehen. Ja, wahrscheinlich, Muffin. Bluey? Ja, Muffin? Warum liegt da eigentlich ein Flamingo in meinem Schlafsack? Das ist eine lange Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.